Hallo alle miteinander. Ja, ich weiß, ich habe in meinem letzten Video so ein bisschen beiläufig angekündigt, dass ich eigentlich eine eigene Videoreihe zum Thema Woher kommt Magie machen will, aber ja, es gab ein paar technische Probleme. Damit wollte ich sagen, die Sachen, die ich gemacht habe, konnte kein Schwein entziffern. Das heißt, ich habe Stunden investiert in etwas, was mir absolut nichts bringen wird und deswegen werde ich jetzt einfach mal einen Laberblock machen. Bevor ihr jetzt Angst bekommt, ich habe hier trotzdem Struktur drin, werde ich zumindest versuchen. Ich werde trotzdem alles, was ich gerade noch im Kopf habe, abdecken. Was mir noch fehlt, werde ich dann in einem Teil 2 nachreichen. Und ich werde, so gut es geht, eben erst einmal die Unterschiede zwischen High Magic und Low Magic erklären. Magie definiere ich übrigens, wie es bei Savage World definiert wird. Das heißt, das, was man landläufig als Zauberei bezeichnet, also dieses Avada Kedavra Zeugs, fällt da genauso rein, wie irgendwelche Mutationen oder Superkräfte. Oder halt auch zum Beispiel die Tesla Spule, die man sich an den Arm hat bauen lassen, um dann Blitze zu schießen. Ach ja, falls sich jemand noch fragt, wo die Bilder aus Butter geblieben sind, sagen wir einfach, der Zombie ist blind. Also dann fangen wir an mit Low Magic. Low Magic finden wir unter anderem bei Das Schwarze Auge, Der Herr der Ringe oder Game of Thrones. Low Magic lässt sich im Grunde so erklären, dass Magie zwar existiert, aber sie ist für den Otto-Normalbürger vollkommen unbekannt. Das heißt, Magie wird in den sprichwörtlichen Elfenbeintürmen irgendwo beigebracht und das normale Volk weiß höchstens, dass es Magie gibt, aber hat keine Ahnung, wie das genau funktioniert. In diesem Fall können wir uns mal als Beispiel der Herr der Ringe nehmen. Nehmt euch mal eben kurz die Zeit, pausiert das Video für 10 Stunden und guckt Herr der Ringe. Macht dann dabei eine Strichliste, wie oft zaubert einer von den Zauberern, also wie oft zaubern Gandalf oder Saruman. Und eine andere Strichliste, wie oft machen die etwas, das unter Wissenstalente fallen würde. Also Sprachenkunde, Alchemie, das ganze Zeug. Und kurz das Video pausieren. Das sollten 10 Stunden gewesen sein. Wenn ihr jetzt die Strichliste durch habt, dann merkt ihr, dass Gandalf und Saruman kombiniert vielleicht 20 Mal zaubern. Und das meiste davon ist relatives Kleinzeug. Das heißt, Gandalf macht seinen Stab an, um zu leuchten. Oder Saruman schießt Blitze oder was weiß ich. Das heißt, die Magie ist nicht der Fokus. Wenn ihr jetzt aber mal die Wissenstalente anguckt, habt ihr da Saruman, der neue Maschinen entwickelt. Saruman, der Bomben baut, die es vorher noch nicht gab. Und Saruman, der eine eigene Rasse züchtet. Ihr habt auch Gandalf, der enorme Ahnung von Legendenkunde hat. Ihr habt Gandalf, der verschiedene Sprachen spricht. Und Gandalf, der durch Alchemie Feuerwerkskörper herstellt. Das heißt, der Fokus liegt nicht darauf, irgendwelche Blitze zu schießen, sondern der Fokus liegt darauf, Ahnung von Zeug zu haben. Und das liegt daran, dass in den meisten Low-Fantasy-Settings, Low-Magic-Settings meine ich, Magie, ich sag mal, umständlich ist. Es ist entweder so wie bei Game of Thrones, man muss sich erst schwängern lassen, dann irgendein Tentacle-Hentai-Monster rauspressen und dann hat man einen Schatten-Assassin, der jemanden umbringen kann. Oder es ist so wie bei das Schwarze Auge, dass man zwar zaubern kann, aber so nach zwei, drei Feuerbällen ist der Saft alle und das regeneriert sich sehr langsam. Das heißt, entweder ist es unheimlich umständlich oder die Mana-Punkte sind sehr schnell aufgebraucht und regenerieren sehr langsam. Das zwingt den Magier zu sagen, okay, ich kann nicht den ganzen Tag zaubern, ich brauche Ausweichmöglichkeiten. Entweder muss ich einen Weg finden, meine Zauber vorzubereiten, was in den seltensten Fällen geht. Man kann ja nicht irgendwie drei Schwangerschaften auf Vorrat lagern. Oder ich muss einen anderen Weg finden, nützlich zu sein. Und das heißt, weil Magier nun mal standardgemäß relativ viel im Hirn haben, sagen die, gut, ich benutze meine Intelligenz und mache ein paar Wissenstalente höher. Und zack, haben wir den weißen alten Magier. Auch mal gerne ein weißer Robe, gelb, grün, lila. Das kann man sich dann ja aussuchen. Und das genaue Gegenteil von Low Magic wäre High Magic. High Magic finden wir zum Beispiel in The Elder Scrolls und Dungeons & Dragons und seinen 1000 Ablegern. Es zeichnet sich dadurch aus, dass wir im Grunde das genaue Gegenteil haben wie bei Low Magic. Magie ist weitreichend bekannt. Du kannst jeden Bauern fragen und der wird dir sagen, ach ja, Zauberer, die sind hier und da und da hinten auch noch. Im Wald lebt auch noch irgendwie einer, der ist ein bisschen komisch, geh lieber zu dem in der Stadt. Das heißt, es gibt im Grunde überall Magier. Es gibt in der Regel große, weit zugängliche Gilden der Magier. Und man kann bei jedem kleinen Krämerladen wahrscheinlich irgendwelche verzauberten, kleineren Gegenstände finden. Oder magische Bücher, die einem kleinere Zauberer beibringen. Die große Magie, also Beschwörung von Erzdämonen und so weiter, ist wahrscheinlich Eigentum der Gilde. Das heißt, da haben die ein Auge drauf und sorgen dafür, dass nicht jeder Vollidiot, der sich denkt, Hey, ich kann Magic Missile schießen, ich beschwörze meinen Erzdämonen, dahin geht und komplette Dörfer demoliert, weil ein Volltrottel ist. Aber es wird schon in die Richtung gehen, dass man, in Anführungsstrichen, kleinere Zauber, wie zum Beispiel so gut wie alles, was Gandalf und Saruman durch die Gegend werfen, in den örtlichen Krämerläden bekommen kann. Magie dient in diesen Settings oft dazu, die Annehmlichkeiten, die wir aus der modernen Welt gewohnt sind, in die Spielwelt zu übertragen. Das heißt, wir haben zum Beispiel in einer mittelalterlichen Welt keine Möglichkeit, uns schnell von A nach B zu bringen. Darum haben wir in einem High Magic Setting eine Magier-Gilde, die sagt, Kein Ding, für 5 Silberstücke teleportieren wir dich von A nach B. Oder um zu sagen, ja, diese Armbus ist zwar ganz nett, aber die ist irgendwie so ein bisschen langsam, da kann ein Magier kommen und sagen, kein Ding, ich verzauber dir das Teil. Oder, oder, oder. Alchemie ersetzt dann in der Regel noch die Sachen, die wir von der Medizin gewohnt sind. Das heißt, zum Beispiel Verhütungsmittel oder fragt wenig was, werden halt durch Alchemie hergestellt. Das heißt, in einem High Magic Setting haben wir sehr weit verbreitete Magie, sie ist aber nichts Besonderes mehr. Wenn du zum Beispiel in, ja, in der DSA irgendwo in Aventurien einen Magier siehst, dann werden die Kinder auf den Zulauf, Uh, ein Magier ist was ganz Besonderes, da schmeißt das Dorf auch gerne mal ein Fest oder frag mich nicht was. Oder der Magier wird eben, je nach Region, auch mal mit Fackeln aus der Stadt gejagt. Während man in Aventurien noch wirklich eine Auswirkung hat, hat man allerdings auf Tamriel, der Welt von Elder Scrolls, keine Auswirkung. Da gibt es vielleicht ein paar Städte, die sagen, ja, Magiergilde mag ich nicht, aber es hat geschichtliche Gründe. Oder wo dann halt, meinetwegen, äh, wie bei den Nord gesagt wird, Na, Magie ist nicht so unsers, wir haben lieber Äxte, die dann aber trotzdem immer noch verzauberte Waffen brauchen, wie doof. Heuchlerische Deppen. Aber wenn man in ein Dorf kommt, dann heißt das nicht, Uh, ein Magier, das haben wir seit 50 Jahren, nicht mehr, ne. Also, wenn man in ein Dorf kommt, dann ist man wahrscheinlich einer von 32 Magiern, der da gerade irgendwie Halt macht, dann wohnen da noch 5 Magier. Und es gibt sowieso noch einen Haufen Leute, die sowieso so kleinere Taschenspielertricks können, weil sie halt zu faul sind, dauernd Kerzen zu kaufen. Oder wenn sie mal nachts raus müssen, nicht gleich irgendwie das Haus anzünden wollen, also haben sie so ein kleines Magierfeuer oder irgendwelche verzauberten Gegenstände. Das heißt, Magie ist weit verbreitet, aber dadurch halt auch nicht mehr irgendwie besonders. Und nachdem wir jetzt die Settings abgeklärt haben, kommen wir zu den verschiedenen Arten von Magie. Falls ihr jetzt verwirrt seid, Low Magic und High Magic sind im Grunde so ungefähr die Settings, in die man das einteilen kann. Ist Magie etwas Besonderes und für das normale Volk relativ unerwartet, unbekannt, ist es Low Magic, ist Magie weit verbreitet und beim normalen Volk bekannt, wäre es High Magic. Und in diese verschiedenen Kategorien kann man jetzt die Sachen, die jetzt noch kommen, also warum überhaupt Magie existiert, noch beliebig einteilen. Das heißt, kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema. Die erste und relativ weit verbreitete Begründung für Magie ist etwas, was ich mal Random Magic nennen möchte. Bei der Random Magic, also Zufalls Magie, ist die Begründung so, dass scheiß drauf ist, ist so. Das heißt, es wird entweder gesagt, die Spielwelt und die magischen Ebenen sind irgendwie verbunden, oder die Götter haben die Lebewesen so erschaffen, dass sie zaubern können, oder es gibt überhaupt keine Erklärung, sondern Menschen können einfach zaubern. In diesem Setting hat jeder Mensch eine gewisse Begabung für Magie und er kann sie trainieren. Das haben wir zum Beispiel bei die Elder Scrolls, wo ich dann sagen kann, okay, ich bin jetzt ein Krieger, aber trotzdem habe ich Magiefertigkeiten, die ich trainieren könnte. Also wenn ich mich hinstelle und sage, ich bin jetzt Bob, der kaiserliche Gardist, kann ich trotzdem noch Heilsauber und kleinere Angriffszauber lernen. Und wenn ich mich reinhänge, kann ich sogar große Angriffszauber und Dämonen beschwören. Genauso kann ich zum Beispiel bei Dungeons & Dragons sagen, okay, ich bin jetzt zwar Bob, der Menschenkämpfer, aber ich kann mich auch irgendwann entscheiden, okay, ich bin jetzt nicht nur noch Kämpfer, ich möchte auch noch eine Lehre als Magie anfangen. Man kann ja Multiclassing mit reinbringen und fragt mich, was noch alles. Das heißt, Magie kann im Grunde von jedem erlernt werden, weil jeder eine gewisse Begabung für Magie hat. Eine andere weitverbreitete Erklärung sind magische Blutlinien. Bei magischen Blutlinien heißt das halt nicht, ja, es liegt Magie in der Luft und weil ich zaubern gelernt habe, kann ich die Magie bündeln und dann Zauber werfen, sondern es wird gesagt, das Blut der Person ist magisch. Das heißt natürlich, dass der normale Otto-Normalbauer von der Straße nichts sagen kann, yeah, ich werde jetzt Hexenmeister, sondern man braucht dafür irgendwo in der Ahnenlinie einen Drachen, Hexenmeister, Licht oder irgendwas anderes, was zaubern kann. Es wird gesagt, meine Ahnen konnten zaubern, das heißt, ich kann zaubern, weil ich noch magisches Blut in den Adern habe. Das haben wir zum Beispiel in Harry Potter und Vampire the Masquerade. und da zeigen sich auch sehr schön die beiden Arten von Blutlinien. Es gibt einmal die 0815 Blutlinie, wie bei Harry Potter. Das heißt, alle Leute mit angeborenen magischen Fähigkeiten haben dieselben angeborenen magischen Fähigkeiten. Jeder kann Magic Missiles schießen, jeder kann kleine Heilzauber und so weiter und so weiter. Und es liegt an der eigenen Arbeit, die man reinsteckt, was man dann besser und was man schlechter kann. Während man bei beispielsweise Vampire ein gewisses Muster vorgegeben bekommt, in welchem Clan man ist. Die Malkavianer sind mehr auf Wahnsinn fixiert, während die Giovanni eher auf Nekromantie bauen. Oder Anges ausgedrückt, wenn ich von einem Drachen abstamme, habe ich eine natürliche Affinität zu Feuerzaubern und wenn ich von einem Kappa, also einem Wasserdämon, abstamme, habe ich eher eine Affinität zu Wasserzaubern. Wie man das regelt, ist eigentlich wurscht, aber es ist halt so ein schöner kleiner Touch zu sagen, ja, ich stelle mir von einem Drachen ab, darum habe ich mehr so Affinität zu Feuerzaubern. Und man kann das Ganze sehr schön in die Story mit reinbringen und die Spielwelt. Stellt euch mal folgendes Szenario vor. Ihr habt ein Dorf von 500 Leuten, also ein größeres Dorf und es gibt eine Familie in diesem Dorf, die zaubern kann. Und zwar nicht nur irgend so ein bisschen Funken-Gesprühe, sondern wirklich Feuerbälle und Co. Es wäre doch nur logisch, dass diese Familie ihre Macht ausnutzt, um damit eine Machtposition zu erreichen, oder? Das heißt, man könnte es so drehen, dass die magischen Blutlinien, also die Magierfamilien, im Grunde den Adel ersetzen. Das heißt, die sind nicht mächtig, weil Gott will es und darum das Adelige, sondern die sind adelig, weil sie zaubern können und darum eine größere Machtposition einnehmen können als andere Menschen. Und um das Ganze dann logisch mit reinzubringen, hätte man eine Welt, in der Magier über Menschen herrschen, oder Magier über nicht-magische Menschen, besser gesagt, wodurch man dann auch zum Beispiel die Erblinien ins Wappen mit reinbringen könnte. Ich glaube, ich habe gerade eine Story, die uns schweife ab. Also, nochmal zusammengefasst, es gibt die nur 15 Blutlinien, weil einfach gesagt wird, jeder kann dasselbe, weil magisches Blut. Es gibt die Blutlinien mit Specials, wie zum Beispiel bei Game of Thrones mit House Targaryen, wo man dann genau eine angeborene Fähigkeit hat oder das Ganze halt einen Fokus hat, das heißt, ich wurde von einem Drachen geboren, darum bin ich talentiert in Feuerzaubern als andere. Und man kann das Ganze noch ins Story-Element mit einbauen, wie Magier können zaubern, andere können das nicht, darum haben die einen Machtmonopol und werden dadurch mächtig und Adelige und Könige. Eine andere, sehr beliebte Art, Magie zu erklären, ist göttlicher Einfluss. Das heißt, hier wird nicht gesagt, ja, wir haben die Geheimnisse des Äther erforscht und weben jetzt Zauber aus den magischen Substanzen der Welt, sondern es wird gesagt, ich vertraue auf meinen Gott und der hilft mir. Das heißt, es wird nicht primär gezaubert, sondern es wird gebetet. Da kann man dann sehr viel rumspielen, allerdings gibt es da ein paar Grundmechaniken, die in der Spielwelt vorhanden sein müssen. Erstens, es muss Götter geben. Zweitens, die Götter müssen nicht nur existieren, sondern den Leuten auch zuhören. Und drittens, diese Götter müssen eingreifen können. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, ich mache das wie in Legend of the Five Wings, was glaube ich, wo man nicht einfach irgendwelche großen Götter hat, sondern die Kami aus dem Shinto. Kami kann man sich im Grunde so vorstellen, wie es gibt einen Gott für alles. Es gibt Regionalgötter, es gibt Götter für bestimmte Wälder, bestimmte Gebirge, es gibt bestimmte Clangötter und so weiter. Das heißt, das kann man sich ein bisschen so vorstellen wie Waldgeister, die halt durch die Gegend schweben, niemand sieht die, aber man betet zu denen, die hören einen, dann sagen die, hey, warum nicht? und der Zauber geschieht. Das heißt, man kann zum Beispiel auch Geisterbeschwörung in heilige Magie mit reinbringen. Die Grundmechanik ist halt, dass der Zaubernde etwas von sich selbst, seine spirituelle Energie, an ein höheres Wesen oder nichtkörperliches Wesen weitergibt, zum Beispiel einen Gott, einen Dämonen, einen Geist oder was auch immer und dafür dann eine Wirkung bekommt. Das heißt beispielsweise, ich bete zu, sagen wir einfach, Thor. Oh, mächtiger Thor, erhöhe mich, schlechte meine Feinde und so weiter und so weiter. Ich gebe meine spirituelle Energie an Thor weiter. Thor sagt, jo, danke für das Ding und schießt einen Blitz runter. Das heißt, ich nähere im Grunde den Gott mit meinem Gebet und dafür wirkt er etwas für mich. Das heißt auch, wenn ich mich nur dem Dienst einer bestimmten Gottheit verschreibe, sagen wir mal zum Beispiel, ich verschreibe mich dem Dienst für Thor, heißt das, es ist nicht nur einfach ein paar Zauber, die ich kann, sondern es ist eine Lebensphilosophie. Thor predigt oder welcher Gott auch immer predigt, eine bestimmte Art des Lebens und diese Art muss ich als Kleriker folgen. Wenn ich von dem Pfad, der mir gewiesen wird, abweiche, dann kann ich die Gunst meines Gottes verlieren und erhört meine Gebete nicht mehr. Und das heißt natürlich auch, dass je nachdem, welcher Gott ich diene, ich bestimmte Zauber wirken oder auch nicht wirken kann. Wenn ich zum Beispiel einem Kriegsgott diene, ist es zwar logisch, dass ich umgangssprachlichen Buffs, also Zauber kann, die meine Kompanien verstärken und meinetwegen auch Heilzauber kann, um halt denjenigen, die verwundet sind, zu helfen, aber viele Sachen der Magie, zum Beispiel irgendwas in Richtung Talente verstärken oder Proben erleichtern, würde da komplett rausfallen. Wenn zum Beispiel eine Göttin oder ein Gott, der den Frieden predigt, nicht unbedingt irgendwas in Richtung Kampf erleichtern oder Angriffsmagie drin haben würde. Das heißt, je nachdem, welchem Gott oder Geist oder Dämon ich nun mal diene oder welchem Stamm, das kann man ja auch so noch aufteilen, dass es verschiedene Gottergeschlechter gibt, habe ich verschiedene Zauber, die ich wirken oder eben nicht wirken kann. Eine Unterform der Heiligen Magie wäre der Pakt. Und hier wird es ein bisschen schwierig, das zu erklären, was im Grunde eine einfache und eine schwere Erklärung gibt. Die einfache Erklärung wäre, es ist im Grunde genau wie Heilige Magie, wenn Heilige Magie nicht funktioniert. Das heißt, wenn ich sage, ich bete zu Thor und da kommt kein Blitz, müsste ich ein Pakt mit Thor eingehen. Das heißt, ich würde dann Thor anrufen, ein Pakt mit ihm eingehen und dann könnte ich zaubern. Jetzt kommt die lange Erklärung. Ein Pakt ist ein gültiger Vertrag. Das heißt, ich habe hier alles, was bei einem Vertrag auch passieren kann. Er kann irgendwann auslaufen, es kann bestimmte Klauseln geben, dass irgendwas gemacht werden oder nicht gemacht werden darf. Die Wirkung kann pausiert werden für gewisse Sachen, wenn zum Beispiel ein Dämon keinen Bock hat, am Wochenende zu arbeiten, dann kann der Magier am Wochenende nichts machen. Es wird immer eine Gegenleistung verlangt von beiden Seiten, das ist beim Dämon offensichtlich die Magie oder geheimes Wissen und beim Menschen kann das dann sehr unschöne Folgen haben und der Vertrag kann aufgelöst werden, wenn gewisse Regeln nicht eingehalten werden. Das heißt, da kann man sehr viel machen und ich könnte darüber stundenlang erzählen, was aber keiner von euch wissen will. Des Weiteren musste ich noch kurz erwähnen, dass der Pakt einen realen Hintergrund hat. Das geht bis ins Mittelalter zurück, bis zu den Hexenprozessen. Hexen wurde damals vorgeworfen, dass sie zaubern können und dass sie mit dem Zauber auch wirklich bösartige Sachen gemacht haben. Sie wurden aber nicht primär wegen der Magie verurteilt, sondern wegen dem Pakt, der dahinter steht. Menschen sind damals davon ausgegangen, Frauen können nicht zaubern, wo haben sie das her? Genau, vom Teufel, der muss denen geholfen haben. Das heißt, sie wurden wegen dem Teufelspakt in Tateinheit mit schädlicher Magie verurteilt. Und ja, Magie war damals wirklich ein Straftatbestand. Seltsame Zeiten waren das damals. Und seit dem Mittelalter werden den Hexen sogenannte Vertraute nachgesagt. Das wäre, was die Spielmechaniken angeht, eine Verkörperung des Paktes. Da ein Dämon natürlich keine dauerhafte körperliche Form hat und es etwas seltsam aussehen würde, wenn ein riesiger gehörnter Schatten aus schwarzem Feuer hinter jedem Magier herläuft, würden sich die Dämonen, Geister oder was auch immer eine Form suchen oder eine Form besetzen, die für die Welt normal wäre. Das heißt, sie würden zum Beispiel in den Körper einer Katze oder eines Vogels hineinfahren oder diesen Körper selber annehmen. Das heißt auch, dass man diese Komponente diesen Vertrauten als Teil des Paktes beinhalten kann. Das heißt, wenn zum Beispiel der Vertraute getötet wird, ist die Verbindung zwischen Dämon und Magier unterbrochen. Oder Geist oder Dämon ist einfacher. Das wäre Verbindung unterbrochen. Das heißt, der Magier könnte die Zauber nicht nutzen, die er durch den Pakt bekommen hat. Das heißt, er könnte nicht zaubern und wäre in dem Sinne wehrlos. Man kann es aber auch wiederum andersrum nutzen, dass desto stärker der Magier wird, desto stärker der Vertraute, also die Verkörperung des Dämonen wird. Dadurch hätte man auch automatisch etwas, was für den Dämonen nützlich das heißt, wenn man zum Beispiel als Novize anfängt und einen Pakt mit einem Feuerelementar schließt, wäre das meinetwegen ein kleiner handgroßer Feuersalamander und wenn man dann zum großen Meister irgendeiner Gilde wird, wäre das ein 5 Meter langes 6-beiniges Monstrum, das Feuer spuckt. Das heißt, das kann man dann auch mit reinbringen, desto stärker der Magier wird, desto stärker wird sein Begleiter. Und bekommt natürlich in dem Sinne auch den Faktor im Spiel, der dafür wichtig wäre. Das heißt, Magier wären in dem Sinne zwar vollkommen wehrlos ohne ihre Magie, aber durch ihren Vertrauten können sie in dem Sinne ihre nahkampffehlenden Fähigkeiten für den Nahkampf und Fernkampf wettmachen, indem sie halt einen riesigen schwarzen Tiger oder irgendeine Killerechse um sich rumlaufen haben. Und ich glaube, ich habe schon wieder viel zu viel geredet, also hören wir lieber auf mit dem Pakt. Ihr Merkler, glaube ich, ich finde den Pakt sehr interessant, er wird meiner Merkler nach viel zu selten wirklich als einzige Magieform angewandt. Und ich fände es herrlich, wenn einer das vernünftig ausbauen könnte. Zum Beispiel ich. Aber ich bin gerade mit Videos beschäftigt und darum machen wir es weiter, bevor ich mich wieder festhaspel. Body Mod Magic funktioniert eigentlich immer nach dem selben Prinzip. Die Welt wäre eigentlich voll schön und märchenhaft, gäbe es dann nicht diese ekligen Riesenspinnen und Orks und Goblins und Dämonen und Falkmini was noch alles, die regelmäßig irgendwelche Wanderer überfallen und Dörfer zerstören und so weiter. Das heißt, logischerweise werden sich die Menschen verteidigen gegen diese Wesen. Und der effektivste Weg sich zu verteidigen ist, das Fleisch und das Blut dieser Viecher zu nehmen und sich selber hoch zu powern. Wie wir es zum Beispiel bei Rippers, bei Claymore oder in abgewandelter Form bei The Witcher haben. Bei The Witcher haben wir nicht direkt das Blut und das Fleisch der Wesen, sondern alchemistische Substanzen. Das läuft aber auf selbe hinaus. Es geht im Grunde immer darum, Menschen können gegen Monster nur bis zu einem gewissen Grad was ausrichten. Das heißt, Menschen können das kleinere Viehzeug platt machen, vielleicht mal ein Imp, Goblins, Kobolde, Gnome, alles was recht kleines. Bei Orks wird es schon schwierig und wenn die Riesen ankommen, dann hoffe ich mal, ihr habt die Katapulte geladen, sonst ist euer Dorf im Arsch. Und deswegen gibt es halt diese bestimmte Gruppe von Leuten, die ihre Körper modifiziert für den Ich habe jetzt den Imp getötet und injiziere mir sein Blut, dass ich alle Fähigkeiten des Imps habe und dass wenn ich zum Beispiel sage, ich habe jetzt diesen Vampir umgebracht, dann werde ich mir jetzt seine Flügel annähen lassen. Das hat allerdings auch ein paar Nachteile dazu, man kriegt zwar neue Fähigkeiten dazu, man kann zaubern, fliegen, Night wischen, voll Erstens gibt es höchstwahrscheinlich viele Nachteile für die verschiedenen Wesen, das heißt, wenn ich mir zum Beispiel Augen eines Vampirs einsetzen lasse, sollte ich das Auge tunlichst bei Sonnenlicht bedeckt halten, ansonsten, ich kann mich zwar nachts voll cool sehen und auch voll weit und kann damit auch sehen, wenn jemand selber keinen Erdschlag hat und so, das Blöde ist, wenn ich das Sonnenlicht aussetze, dann wird es höchstwahrscheinlich zu Asche werden oder es wird erblinden also das ist nicht so super dasselbe gilt dann meinetwegen für Drachenhaut die ist zwar voll super gegen Feuer und gegen Schwertangriffe aber hat diese doof Angewohnheit dass sie bei Eis sofort schockgefrostet und abbricht es ist nicht alles so ideal das heißt man muss dann abwiegen was baue ich mir rein was baue ich mir nicht rein und wie kann ich diese Nachteile dann im Zaum halten was mich zu dem wichtigsten Nachteil bringt den im Zaum halten wenn ich mir regelmäßig irgendwelches ungeheuer Zeug reinpfeife hier mal werwolffleisch da mal riesenblut huch meine Finger sind so doof ich lasse mir mal lieber Org krallen einsetzen und frag mich nicht was werde ich zwar im Kampf effektiver aber es gibt auch immer eine gewisse Chance dass ich von dem verfluchten Blut das in mir ist übermannt werde das kann man zum Beispiel regeltechnisch so regeln dass man es macht wie in Aventurien wo es meinetwegen jähzornig gibt wo dann Selbstbeherrschungsproben meinetwegen erschwert werden und dass dann auch nicht so ein bisschen was passiert sondern dass man dann sagt wenn du ausrastest dann richtig das heißt mit dem werwolffleisch und dem riesenblut heißt das dann nicht du gibst irgendeinen doofen wieder nach dem Motto deine Mutter ist aber viel hässlicher als meine sondern du greifst den Typ brichst ihm das Genick und reißt ihm dann die Kehle auf oder du mutierst eben selber zu einem Monster was unter Umständen sehr schlecht sein kann das heißt da sollte man dann auch gegen Mechaniken einführen dass das dann nicht passiert und natürlich sehr wichtig ist jeder der das macht wird zu einem gesellschaftlichen Außenseiter ich meine stell dir mal vor du bist ein Bauer aus irgendeinem kleinen Kuhdorf Orks haben deine Familie getötet Goblins klauen ständig deine Feldfrüchte letzte Woche kam ein Riese vorbei und hat euren Burgherrn getötet und jetzt sitzt da dieser Penner in der Schenke genau am selben Tisch wie du mit Goblin Augen Ork Krallen und Drachen Haut ja niemand möchte was mit dir zu tun haben wenn du so aussiehst wie das Viehzeug das die Familie von anderen Leuten auffrisst diese letzte Sache kann man allerdings dann rausnehmen wenn das ganze gesellschaftlich akzeptiert wird das heißt jetzt gehe ich mal aus dem finsteren Mittelalter mit Monster bedrohen die Menschheit in die Cyberpunk Zukunft wo es vollkommen normal ist dass Leute mit irgendwelchen Cyborg Armen oder ausklappbaren Kettensägen in der Kneipe sitzen und sich fröhlich zuprosten oder wo es halt vollkommen normal ist seine Gene splicen zu lassen also mit denen von Tieren zu mixen meist für kosmetische Gründe aber kaum die Mafia wird sich was einfallen lassen wenn sie die Gene von Bären und sonstigen mächtigen Viehzuck in die Finger bekommen kann das heißt man kann das ganze sowohl im Mittelalter als auch in der Zukunft spielen man muss nur halt auf die gesellschaftlichen Aspekte dabei achten wenn ich sage ja das ist halt mehr so wie bei The Witcher wo Hexer als Missgeburten angesehen sind als Monster weil man denen nicht trauen kann dann wäre das im Grunde das großartige Gegenteil das große Gegenteil wie wenn ich sage das ist wie in Shadow One wo das vollkommen normal ist irgendwelche kybernetischen Augen zu haben und diejenigen die sich nicht modifizieren lassen gelten als Spinner das heißt es ist interessant es wurde schon ein paar Mal gemacht aber man muss dabei immer so ein bisschen auf das Setting achten um zu wissen wie man es genau machen sollte bei magischen Quellen gibt es viele verschiedene Arten wie man das reinbringen kann meistens wird es als Nebenelement genutzt das heißt es gibt ein Hauptmagie System und magische Quellen sind mehr so eine Neben Idee das heißt es wird zum Beispiel gesagt es gibt halt das System das jeder zaubern kann wie er möchte aber es gibt halt bestimmte Stäbe oder bestimmte Totems mit eingeprägten Zaubern also ich kann zum Beispiel selbstständig meinen Mana fokussieren und einen Feuerball werfen oder ich kann einfach sagen ich nutze diesen Feuerstab und schieße damit Feuerbälle oder ich kann sagen es gibt bestimmte Stäbe die meine magischen Fähigkeiten verstärken das heißt normal würde ich mit einem Blitz den ich schieße W10 Schaden machen mit dem Stab mache ich W10 plus 3 Schaden dann gibt es auch noch Stäbe oder magische Quellen allgemein als Fokus der magischen Kraft also zum Beispiel wie bei Harry Potter wo Harry bevor er in die Schule kam schon einigen Bullshit gemacht hat mit seiner Magie aber das eben nicht kontrollieren konnte also wo er zum Beispiel das war glaube ich irgendwelche Haare umfärbt und fragt mich nicht was aber nicht weiß warum Fensterscheiben verschwinden aber da kein Einfluss drauf mit einem Stab fokussiert sich die angeborene oder erlernte magische Magie magische Magie nasses Wasser also es fokussiert sich jedenfalls die magische Energie und man kann sie so lenken wie man möchte zusätzlich gibt es dann natürlich noch magische Quellen für Konstrukte das heißt wenn ich zum Beispiel einen Golem baue braucht dieser Golem eine Energiequelle und wenn ich gerade nicht zufällig in einem Steampunk Setting lebe wäre das ganz gut wenn die Quelle magisch wäre das heißt ich bräuchte irgendeine magisch aufgeladene Quelle die ich in den Golem einsetze damit dieser Golem laufen kämpfen und was auch immer machen kann man kann allerdings auch einfach sagen ich lasse die Quelle für den Golem leer und ein Magier kann einfach sagen ich bündel meine Energie für 12 Golem und da kann sich dann für 12 Mal nach Punkten bewegen und ist danach wieder still aber das ich schweifle mir so ein bisschen ab magische Quellen als eigentliche Form der Magie sind sehr selten hauptsächlich weil es im Grunde unnötig ist wenn man einigermaßen Ahnung hat von dem was man schreibt kann man die Vorteile von magischen Quellen auch so in Rollenspiele mit reinbringen und die Nachteile stören einen dabei nicht der Vorteil wäre dann natürlich dass Magie etwas sehr besonderes ist und dass man mit Magie verantwortungsbewusst umgehen soll man kann nicht einfach sagen ich habe diesen extrem edlen voll seltenen magischen Rubin der hat 20 Maler Punkte jetzt schieße ich das kann man allerdings auch so regeln wie bei dsa um einfach zu sagen die astral punkte sind nach fünf zaubern weg das war jetzt ein vierter zauber überleg dir willst du die woche noch zaubern oder hast du gerade Zeit drei tage durch zu schlafen und man kann natürlich den Nachteil dass sobald ein Magier eine voll teure magische Quelle gefunden hat sich auf jeden Fall ein Dieb finden wird der sagen wird das ist jetzt meins vielen dank vermeiden also ich meine wenn Magier mit offensichtlichen teuren Dingern durch die Gegend laufen ist es nur natürlich dass auch irgendwelche Diebe sagen uch du hast Edelstelle und Gold ich glaube das behalte ich das heißt magische Quellen sind als Nebengedanke sehr interessant als Hauptquelle müsste also das Hauptmagie System müsste man da sehr viel ja sehr viel Energie und sehr viel Gedanken mit reinsetzen damit es auch wirklich alles klappt ohne dass halt grobe Fehler die jeder Spiele innerhalb von 10 Minuten ausnutzen wird auftreten können Rituale gibt es in vielen Magie Systemen sie haben im Grunde dieselbe den selben Grundgedanken hinter sich wie Alchemie in der Alchemie sagt man ich habe hier bestimmte Kräuter und kann aus diesen bestimmten Kräutern Heilmittel herstellen beim Ritual sagt man dann ich habe hier bestimmte Kräuter von denen ich weiß dass sie Heilwirkungen haben also kann ich sie benutzen um sie in Zusammenarbeit mit Magie als Heil Sauber zu wirken das heißt es wäre zum Beispiel im Low Magic Setting wieder eine Möglichkeit um Magie zu verlangsamen das heißt ich brauche nicht nur irgendeinen Typ der tantrisch im Kreis tanzt um dann dabei Heia Heia zu rufen sondern der Typ muss vorher auch noch Material das er teuer gekauft hat opfern um dann zu zaubern und natürlich dauert es auch noch eine Weihers Ritual abzuhalten das heißt man hat nicht mehr nur Mana Kosten die sich relativ langsam wieder aufladen das ist nicht nur zeitaufwendig sondern ich habe auch noch Materialkosten die ich anders hätte nutzen können das heißt ein Zauber zu wirken wird dadurch kostspieliger im High Fantasy oder High Magic Setting hat man es dann meistens so gelegt dass es zwei Arten von Zaubern gibt zum einen die kleinen ich sag mal Trivial Zauber sowas wie Magic Missile Feuerball oder Blitzesch schießen die man einfach so wirken kann das heißt man spricht die Formel macht was auch immer man zum Zaubern braucht und schießt dann den Blitz während man bei Ritualen größere Sachen erbitten möchte das läuft bei Arcana Magie im Grunde so ab wie beim Low Magic Setting auch wo man dann sagt diese Kräuter werden in der Alchemie für Heiltränke genutzt also werde ich sie jetzt nutzen um ihre heilenden Aspekte hervorzuheben und dann führt man das Ritual durch und hat einen stärkeren Heilsauber dann der für die ganze Gruppe wirkt während man bei Göttern sagt meine Göttin ja welche Götte fällt mir gerade ein sagen wir mal einfach Isis hat eine Vorliebe für Lavendel ich habe keine Ahnung was sie mag aber sagen einfach mal Lavendel also wenn ich Rufung erhöhen und diesen größeren Gefallen um den ich bitte erfüllen das heißt solche Sachen wie Trivial Magie wäre sowas wie Magic Missile oder Heilende Hände oder sowas während ein Ritus bei einem High Magic Setting sowas wäre wie ein Golem zu erschaffen eine Waffe zu verzaubern oder halt ein Leben zu retten also wirklich größere Gefallen man kann Rituale auch alleinstehend als Magie System nutzen zum Beispiel im Schamanismus das liefe aber wieder auch selber raus wie bei Low Magic das dann gesagt wird ja du brauchst halt dieses und jenes und das und musst dich noch mit Vogelbeeren zukiffen und hier noch ein Joint und dann noch LSD und dann kannst du nackig tanzen und weißt was du morgen jagen musst aber man könnte es auch leicht meiner illustren Karriere als Vollidiot derselbe ein System schreiben möchte viele Systeme durchprobiert was Magie angeht und die wenigsten haben gefruchtet wenn ihr wollt kann ich euch noch so zwei drei Systeme die einigermaßen vielversprechend sind vorstellen aber lieber nicht jetzt wir sind jetzt schon etwa bei 40 Minuten und ich möchte euch nicht noch länger langweilen ja ich hoffe ihr habt euch das Video soweit angesehen ich bin euch wirklich dankbar wenn ihr euch den Scheiß bis zum Ende angehört habt und ich hoffe ich konnte euch einigermaßen helfen ich hoffe wir sehen uns dann im nächsten Video bis dahin und TÜDELDÜ